Und vor allem, das haben wir davor immer so gespielt. Was? Naja, mit 3 gegen 1. Ja, aber ihr seid ja alle im Kreis drum herumlaufen zusammen. Das ist schwierig, irgendwen abzunehmen. Ziemlich sicher, dass es Franz ist, weil er rückwärts läuft und mich anguckt und keelt. Das kommt natürlich nie vor. LOL. Irgendwer ohne Ei verfolgt mich hier. Es ist Rudi der Rabe. Soll ich hier richtig feuern, oder? Jetzt können wir forschen, dass Max wieder ist. Max versteckt dich unter dem Haus! Max versteckt dich unter dem Haus! Max versteckt dich unter dem Haus hier! Er hat dir gedacht, ich merke es nicht! Er hat dir gedacht, ich merke es einfach nicht! Ah, jetzt komme ich wieder! Sock an! Er kommt an! Ich bin hier! Hier ist er in der Nähe! Ja, ich bin hier! Er hat euch geschrieben! Paul ist es! Paul ist es! Er hat sich hier drunter versteckt! Max, Alter! Paul, lass mich! Max! Paul, lass mich! Max, du bist es! Jetzt wollt ihr mich einkesseln! Franz und Paul sind's! Max ist es! Wenn ich tot bin, ist es Paul! Max ist es ganz gemein! Wir sind hier, ja, ein bisschen außerhalb! Lass mich in Ruhe! Ich bin unten im Schacht! Wenn ich tot bin, ist es Paul! Du bist es einfach! Du bist ein richter Schachtschaber, Alter! Lass mich in... Franz... Er schießt auf mich! Ich schieß auf... Ich öffne das Feuer auf Paul! Was? Alter, ist das... Ey! Ey, bist du dumm! Oh, fuck! Fuck! Okay, Paul war's und Willi ist es! Was denn? Okay, Paul hat gerade einen Zug, aber ist jetzt auf Max! Ist jetzt aber tot! Das könnte Willi sein, weil der kam gerade verdächtig! Der hat auf mich geschossen, aber das könnte auch... Ich hab hier auch nicht geschossen, Alter! Ich weiß nicht, wo bleibt es? Wenn du's nicht bist, mach Feuer auf Willi! Okay, jetzt mach's Willi, okay! Ey! Nee! Huuuhuhu! Alter, Mixer-Paule, Alter! Ich wusste die ganze Zeit! Vor allem Max war's! Ich war Inno! Ja, ja! Ja, ja! Ich kack dir einen Arsch, du Inno! Was ist denn jetzt schon wieder los? Kack dir einen Arsch, du Inno! Ich bin Inno! Wieder fucking Inno! Ich werde nie wieder Trader, Alter! Kann man das Boot ins Wasser werfen? Ja, ist gut! Rudi, der Rabe, folgt mir! Geht nicht! Pass auf! Krieg gleich ne Dings in den Rücken! Franz, ist Inno! Hier ist doch irgendwann bei mir, Huwi! Jo! Max ist es doch einfach wieder! Max könntest echt sein! Max chillt gerade in dem Haus hier allein! Nee, ich bin doch auch nicht in dem Haus! Huwi verhält sich verdächtig! Verhält sich verdächtig?! Du hörst mich im Visier, Alter! Max ist verdächtig! Ja, ist verdächtig! Max ist verwundet! Ja, ist verdächtig! Na, weil ich grad neben mir die Dinger auch eher... Die hier! Ich seh keinen von euch! Willi ist auch hier! Wo ist denn hier? Äh, ja in der Mitte beim Leuchtturm! Ich bin tot! Willi hat mich erschossen! Ja auch nicht! Ich bin doch hier! Dann ist es Max! Max macht falsche Calls! Dann ist es Max! Ja, Feuer auf Max! Wo ist denn Max? Ich würde auch sagen, dass das zählste ist, um einfach Max erschießen! Das ist immer auch safe! Ich hab grad gesehen, wie Huwi, äh, Willi erschossen hat! Willi?! Huwi! Auf Huwi schießen! Huwi hat's wieder! Alter! Huwi! Ja, dort... Vor allem, ich geb Huwi nen Header mit der fucking Pistole und es reicht nicht aus! Vor allem, was hat mich denn jetzt umgebracht? Na, die Lok war's nicht! Krebs! Ich weiß jetzt nicht, was das nochmal magst! Krebs! Mann sieht ne Waffelfung! Ich bin... Krebs! Krebs ist geil! Ey, ich werd schon wieder beschossen! Oh, wer ist das? Kraft schießt auf uns! Ja, das Aumel, der nutzt natürlich das Feuer! Boah! Jetzt ist er auf den Eil! Ich hab nicht mehr ne Waffe, Alter! Ich hab nur noch keine Waffe! Warte, du bist zwei Sekunden, ey! Richtig unfair, sowas immer! Warum spart man auch nur eine Waffe ist für'n Traitor? Ja natürlich auch! Sind jetzt Huwi und Dings tot, Max? Ne, ich lebe noch! Ich hab mir grad ne Waffe... Ist nur Max tot, oder was? Willi? Oh nein! Oh nein! Diese scheiß Möwen, Alter! Die machen mich fertig! Ne, hier ist einmal der... Der... Wow! Alter! Okay, es ist Willi und Rudi... Passiert! Und Paul hab ich erschößen, das heißt es ist Huwi! Sherlock, Alter! Ja! Fein, Paul! Nächstes Mal lässt du uns wenigstens noch Waffen finden, ja? Ja, heul doch nicht! Wer war denn mein Tra... Wer war denn Traitor? Na du! Du! Ja, es waren noch zwei, oder nicht? Oder? Naja, warte mal, hä? Naja, Max oder, äh... Willi! Oder Paul! Paul! Wieso, wenn jetzt ein Traitor schon tot sein soll? Paul... Paul war Traitor! Ja, Paul war Traitor! Paul hat mich erschossen! Ja, weil... Ich bin erschossen, deswegen lebst du noch! Weil ich Max war! Paul hat mich erschossen! Deswegen renne ich hier noch lebendig durch die Gegend! Du lebst noch! Ja! Hubi nicht mehr! Doch, Hubi lebt noch! Ja, aber du nicht mehr! Nee! Ja, dann rede ich! Du meintest grad... Du meintest grad, Paul hat mich erschossen! Paul... Paul, lebst du noch? Nee! Okay! Dann bist du durch Sturm! Ich hab ihn erschossen! So! Zum dritten Mal! Er war Traitor! Ich hab ihn erschossen! Er hat auf mich geschossen! Er hat erst Willi, dann Max! Nee, erst Max, dann Willi! Ich glaub ich! Ist ja egal, ne? Ich hör hier ein paar Sounds von Vögeln! Die hab ich's denn nie gehört! Ey, was steht denn hier? Guckt mal den Leuchtturm! Daneben ist ne übelst Riesenschrift! Skar Island! Dann... Was geht denn bei euch? Sinn hat das... Wenn du den hier leunenst oder was gehst? Ist das? Das ist ein! Werd! Das sind wirklich nicht so schön! Das ist hier! Ich bin halt... Das ist das... Ehh! Ich bin nicht so schön! Aber ich bin jetzt... Ich bin jetzt... Ich bin jetzt... Drei Stunden später. Die Möwen, Alter, ist verwirrend. Das Ding ist vorbei, ich komme mir nicht mehr weg. Wo bist du denn? In Verrahmen. Paul, wo war denn deine verkackte Leiche, Alter? Ich wollte dich die ganze Zeit retten, aber ich habe dich nicht gefunden. Ähm, bei dem Schiffer, äh, Schiff. Ja, weil ich schon nicht wusste, wo du durchsturmen müsst, weil da unten lang nur, äh, Willi und Max. So, ich bin Inno, weiß ich, ey. Ich würde gerne erstmal eine Waffe finden, bevor mich wieder irgendein Traitor abknallt. Max ist Traitor und wird Zeit um in den Shop zu gucken, schnellstmöglich töten. Beim So ist es doch wirklich, oder? Ey, hier raus. Wo ist? Lief, pass öfter. Wow, was geht? Ich habe einfach, ich werfe mal random Granaten, wenn ich sie finde. Keine Ahnung, wo die hingeflogen ist. Nice. Aber ich sehe auch schon wieder nur so Konturen von euch. Ja, danke. Aber hier ist Franz auf jeden Fall. Ja, genau. Hallo. Hallo. Es leidest du jetzt ins Haus. Marc. Ja. Du, wie? Jo. Willi. Willi. Hallo. Wie seid ihr denn alle, ihr kleinen Hohen? Ich habe schon wieder Brain-Parasiten. Wer ist er? Meine Waffe hat leider geschossen. Ich lebe aber noch, ne immer noch. Schießen geht. Hä? Wer ist jetzt tot? Was? Wer, wer ist jetzt tot? Mal bitte Rückmeldung geben. Paul hat auch eine Brain quasi. Nein, nein, nein. Dann ist Willi jetzt tot, oder was? Also ich setze jetzt hier eine 10er Wette ab, dass es auf jeden Fall Hubertus wieder ist. Okay. 10. Lass mal wetten. Wette ich 10 Euro drauf. Okay. Wo seid ihr denn alle, verfickte Scheiße? Ich bin hier die ganze Zeit rumgelaufen und habe noch keinen gesehen. Ja. Oh. Runtergefallen, alles. Oh. Aber wie auch? Übelst knapp nur. Ich hatte nur übelst wenig Leben mit runtergefallen. Oh. Oh. Ah, ich glaube eigentlich nicht schneller. Willi, lebst du noch? Nein. Ey, du musst'n lügen, Baron. Was ist denn hier los? Ey. Na! Nein! Ohy, ey. Mir wird kurz übel. Keine Angst, Kopfschmerzen wun rum. also das erste mal hier oben danke was zum fegt man das für ne scheiße was hat's denn da jetzt noch warum geht dieser zug bei mir immer daneben ja wenn er nicht zielt der ist genau durch Hubi durchgefahren nein wie kannst du denn sowas sagen wie mir wird schlecht und dann ich bin das erste mal hier oben da hätten jetzt drei leute oben stehen können ich hab zwar zweifel nach einer anderen Waffe gesucht aber da war nur der Sniper da oben das war meine offensive Taktik gerade das Problem war dass es Paul war mit dem der wusste wie der Brain Parasit aussieht ich dachte das wäre wer anderes der hätte nicht gewusst was das zu callen ich hab schon wieder nichts bei dem Franz krieg ein Zehner von dir ja? ne ne es war imaginiertes Geld hier oben ist jemand bei mir schießt mich ab wo ist denn oben? wo denn? Zynus Zynus Oh Willi zielt Willi zielt Willi zielt Willi zielt hier brennt alles Angel ist ein Schott ich hab noch keine Hauptwaffe fuck dreckiges Feuer Max lebt du noch? ja ich lebe noch Warum bist du verwundet? Ich bin verwundet? Nee, Paul. Ja, weil guck mal, hier hat es eben gebrannt, irgendwer hat hier ein Feuer gemacht. Oh, klar. Wer schießt, wer schießt, wer schießt. Willi. Max? Ja, ich lebe noch. Ubi? Ubi? Ist tot? Weiß nicht, ich hab nur Willi gehabt. Ist doch schon wieder scheiße, was du erzählst. Du hast gesagt, Willi ist es. Um ihn dann abzuschießen. Ja, ja. Warte, hier liegt noch was. Um dann legal zu sagen. Wie untersuche ich ihn? Ähm, mit. Ja, oder nur E, oder? Eigentlich nur E. Da siehst du auf jeden Fall. Direkt dann, wer steht da, wenn es ein Leichen ist. Ah ja. Ja, Willi und Ubi. Wie? Zwei Leichen, Willi und Ubi? Ja, ja. Oben steht auch, wer Traitor und wer Innocent war, ja. Oder bei euch nicht. Äh. Doch, doch, wenn du, du kannst es switchen, dann steht da irgendwie, diese Person war ein Traitor oder so. Ich hab grad ne Fake-Leiche gefunden. Ja, bei mir steht, wer Traitor war und wer Innocent war. Okay. Aber da kann ich gar nichts sehen. Alter, ein Roundhouse-Kicks. Wo war'n das jetzt? Auch hier wieder. Max. Ja, was los? Wo bist du? Stehst du mit dem Sniper oben, oder was? Ja, ich steh mit dem Sniper oben, beobachte das Geschehen. Dreckiger Hund, alter. Wie man so'n dreckiger Hund sein kann. Ist da oben wirklich ein Sniper immer, oder was? Nö, ich hab mir eins gesucht vorher. Und dann bist du hochgegangen. Nö, ich bin doch nicht oben. Also bist du oben. Und du bist Traitor, oder? Ja. Echt jetzt? Ne, weil das würde beantworten, ob noch einer lebt oder nicht. Lebt glaub' ich keiner mehr. Keiner mehr. Wir auch nicht. Ich bin auch nicht da drauf. Uh. Ach so. Ja. Vor allem auch noch Huwi, wie Antwort's da drauf. Max. Ja. Wo bist du? Weiß ich nicht. Weißt du, wo ich bin? In deinem Arsch. Hinter dir. Du bist so'n kalte Scheiß auf deinem Nacken. Kalten Atem. Hm. Hahaha. Alter. Nice, Mann. Geil. 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 Geil.